Rettungsorganisationen, gute Zeitzone und natürlich die Feuerwehrs sind am Samstag in Arach Attraktion gewesen. Beim Tag der Rettungskräfte präsentierte sich das gesamte Spektrum der Blaulichtorganisationen. Ruhepunkt war die Segnung des neuen Abrollcontainerfahrzeugs der Feuerwehr Arach. Das ist Teil eines landkreisweiten Konzepts. Grundsätzlich braucht man die Abrollcontainer, weil man einfach auch in die Zukunft denkt. Die Zukunft bringt halt andere Einsatzlagen, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Und darum haben wir uns da Gedanken gemacht, das aufzustellen, das System im Landkreis Kamm. Stationiert sind also strategisch in jedem Inspektionsbereich ein Fahrzeug und dann unterschiedliche Containersysteme für unterschiedliche Einsatzlagen. Und der Vorteil ist halt, dass man es untereinander tauschen kann, die Fahrzeuge und die Anhänger und die Abroller. Und es ist ein redundantes System, wo man also im gesamten Landkreis dann dementsprechend unterstützen kann.